One Way No Limit Meine Gedanken heute zum Thema Bodybuilding, ein gesunder Sport. Ja, das ist der Content heute in diesem Video. Das ist ein Video für Patreon an sich, also frei, ohne irgendwelche Beiträge. Einfach mal so meine Gedanken zu dem Thema Bodybuilding, ob man den als gesunden Sport bezeichnen kann. Ja, ich bin jetzt fast 50, ich mache den Sport schon sehr, sehr lange. Also ich habe mit 16 schon hart trainiert am Eisen, parallel zu anderen Sportarten noch dazu. Also nicht reines Bodybuilding als Bodybuilding, sondern halt einfach ein bisschen Hanteltraining. Aber schon sehr fleißig und eigentlich auch täglich trainiert zu den anderen Sportarten dazu. Unter anderem halt auch zu Kampfsportarten, das eben damals so mein Hauptaugenmerk drauf war. Tja, also begleitend. Vielleicht sozusagen noch der gesunde Part, und das werden wir heute gerade besprechen. Bodybuilding als gesunden Sport bezeichnen. Normalerweise, abgeleitet von dem Wort Bodybuilding, also den Körper bilden, müsste es per se eigentlich um einen sehr gesunden Sport gehen. Den Körper bilden, aufbauen etc., das sollte ja eigentlich gesund sein. Ist es aber definitiv leider nicht. Und deshalb haben wir heute mal so ein bisschen ein sehr kontroverses Thema. Ich weiß, das wird mir wieder neue Feinde bringen. Ich habe ja eh schon genügend Feinde eigentlich an sich. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, wenn man Fakten auf den Tisch legt und die Fakten sind einfach so, wie sie sind, dann nutzt das nichts, wenn man Leuten versucht, durch emotionales Leugnen oder durch emotional getriebenes Falsches darstellen, um es glauben zu können. Weil will man es unbedingt glauben, dann die Leute zu diskreditieren. Man braucht bloß rausschauen, man braucht bloß die Augen aufmachen. Und wie gesagt, jetzt bin ich fast 50, ich habe sehr viel das selber erlebt. Also ich rede nicht bloß von vielleicht irgendwo mal gelesen und zitiere irgendeine Studie, sondern habe ich es selber erlebt, habe ich es selber gesehen und habe in der ganzen Zeit, wo ich auch das Coaching mache, extrem viele Leute schon bei mir gehabt, die genau dieses Bild bestätigen. Und deshalb wollen wir heute mal ein paar Worte bringen. Also ich will niemanden im Sport ausreden. Ich bin selber nach wie vor leidenschaftlich dem Fieber dieses Sportes verfallen. Nicht bloß dem einen, sondern auch noch dem anderen. Also ich versuche immer noch den Kampfsport jetzt wieder zu integrieren. Und auch hier werde ich noch ein Video machen, wo beide Welten zusammentreffen und wo einfach Leistungssport kein gesunder Sport ist. Und das ist etwas, was mich immer mehr beschäftigt. Und deshalb mache ich heute dieses Video auch, oder vielleicht gerade deshalb, um einfach meine Worte klar zu zeigen, meine Stellungnahme auch hier zu bringen, egal ob das den Leuten dann unbedingt gefällt oder nicht. Ich denke, Ehrlichkeit ist damit verbunden, betriebswirtschaftliche Faktoren rauszulassen. Und deshalb ist das Video auch auf Patreon frei und will ich dafür kein Geld sehen. Ich habe trotzdem aber unten natürlich meine Webseite eingeblendet. Wer so ein bisschen nachschauen will, wer ich bin, was ich so mache, kann sich also hier informieren. Oder einfach meinen Namen bei Google eingeben, findet man genügend. Also gehen wir zu dem Thema Bodybuilding gesund oder nicht. Heute komme ich zu dem Schluss, dass das meiste, was die Leute aus Bodybuilding machen, definitiv nicht gesund ist. Weil eigentlich progressiv zu arbeiten, ab einer gewissen Phase im Leben schon kontraproduktiv ist. Wenn man also versucht, leistungssteigernd zu arbeiten, also den Körper immer an seine Grenzen zu führen, aber der Punkt dessen, wo der Körper sich in einem sehr starken Regenerationsmodus noch befindet oder sehr viel Potenzial für regenerative Kräfte hat, dann wird man zu viel aus der Substanz rausnehmen und die Gefahr, dass sich die Lebensspanne dadurch verkürzt, ist definitiv dadurch dann gegeben. Infolgedessen, also durch das eigene Handeln. Permanent also an die Grenze gehen, heißt also den Körper immer wieder so stark zu fordern oder vielleicht auch, weil man das ja sehr schwer genau definieren kann, wie weit man gehen muss, um eine Progression zu erreichen. Gerade der Laie kann das sehr schwierig. Ist es einfach so, sind auch oft völlige Überforderungen mit dabei. Und die Sportler, die jetzt selber auf Leistung trainieren, wissen ganz genau, was ich hier meine. Du fühlst dir einfach zwei, drei Tage richtig kaputt oder denkst, den musst du mit besonderen Sachen ergänzen oder brauchst dir mal ein, zwei Tage Pause extra, weil es dir einfach merkst, das letzte Training war einfach viel zu hart. Da ist das Ego durch, da ist der Krieg in einem durch und der Krieg war schließlich gegen sich selbst gerichtet, weil das ist ja genau die Basis für die Adaption. Also Bodybuilding heißt ja erst einmal Zerstörung und zwar rapide, brutale, gewaltsame, gewaltsame, also Krafteinwirkung von außen, Zerstörung. Und das ist ja eigentlich immer als Unfall zu bezeichnen. Und genau so sieht es der Körper, als es in den Notsituationen, wo ein Unfall kommt, von außen eine Zerstörungskrafteinwirkung erhält und dementsprechend der Körper in einen Reparaturmodus muss. Und je nachdem, wie stark die Schäden sind, desto mehr muss der Körper reparieren. Und wenn er Glück hat, er hat das bis zum nächsten Schadensakt wieder repariert und wenn nicht, gibt es kumulierende Schäden, die dann halt entweder als Alterungsverschleiß oder einfach als Alterung per se bezeichnet werden oder schlussendlich dann als Erkrankung betitelt werden, wo es eigentlich Unfälle sind. Kumulierende Unfälle, die zu einem Unfall Schaden führen und das eigentlich dann mit einer Erkrankung nicht wirklich viel gemeinsam hat. Also, was kann man also nochmal zu dem Thema sagen? Bodybuilding heißt erstmal Körper zerschlagen, zerhacken, zerteilen, vernichten. So in der Richtung könnte man es betiteln. Aber wenn das Ego im Mittelpunkt steht, weil will man zeigen, was man kann, dann kommt natürlich noch der Faktor des verstärkenden Idiotismus mit dabei zum Tragen und dann ist der Schaden viel größer, als hätte es eigentlich sein müssen. Das hat mit Bodybuilding gar nichts zu tun. Also Bodybuilding kommt im Anschluss dessen. Jetzt brauchen wir also regenerative Zeiten. Die regenerative Zeiten sind in einem Trainingsplan eventuell fest integriert. Das heißt, im Endeffekt, du hast einen Fünfer-Split, du hast einen Siemer-Split, du hast einen Sechser-Split, du hast einen Vierer-Split, du hast einen Zweimal-Zwei-Split. Da gibt es ja tausende von möglichen Variationen, die man draußen im Endeffekt preistut oder erkundtut als Coach. Und das ist etwas, was mir schon sehr lange zum Denken gegeben hat und deshalb habe ich ja in meinem Bereich ein ganz anderes Coaching. Ich sage einfach, im Endeffekt, du brauchst eine Stimulation, du brauchst eine Regeneration. Und wenn die Regeneration nicht passt, dann hat die nächste Stimulation einen niedrigeren Schwellwert oder den zerstörerischen Endergebnis, das es ausmacht, dass kumulierende Schäden einsetzen. Und entsprechend muss man eigentlich Stimulation und Regeneration als Maßstab dessen sehen. Und genau so muss der Trainingsplan dann eben alternierend aufgebaut werden. Das ist ein ganz anderes Grundprinzip. Es ist aber ein bekanntes Prinzip, ist jetzt nichts, wo ich das Rad neu erfinde, das kann man ganz klar so sagen. Im Hochleistungsbereich ist das eigentlich Usus, dass man eben diese Trainingspläne adaptiv so macht. Und da geht man auch indikativ dann vor. Das ist natürlich der Unterschied zwischen Laien oder gerade zwischen Coaches, die man, ja jetzt habe ich mal selber zwei Wettkämpfe gemacht und jetzt gehe ich raus und bin ich Coach. Oder zwischen Leuten, die seit 10, 20 Jahren vielleicht zwar Wettkämpfe machen, aber jedes Mal das gleiche machen, einfach nur Glück haben, dass sie brutal starke Gesundheit haben oder Gesundheitspotenzial haben, von dem sie zehren können. Und dann wundert man sich, dass andere Leute, wenn die das nachmachen, völlig gleich kaputt sind. Also gleich zack und kaputt, also von Ansatzweise schon. Also da kann man leider nicht das eine zu dem anderen überlagern. Und da gibt es halt viele Scharlatane draußen, die das, ich sage jetzt mal, das ganze Business nicht unbedingt besser machen. Man muss kein Arzt sein, da bin ich völlig dabei. Ich bin selber auch kein Arzt. Aber was man beachten muss, ist die individuellen Faktoren. Da gehört der Biorhythmus dazu, da gehört der Chronorhythmus dazu. Das lassen viele außen vor. Das heißt, ein Trainingsplan, den wie auch immer draußen machen kann, weil er den ganzen Tag isst und schläft, ja. Train, eat and sleep and then repeat. Das ist ja für manche Leute so das Lebensmotto, also auch der Lebenssinn und Zweck. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber für manche Leute ist ja das wirklich so. Die denken, dass diese Art der hochkomplexen Lebensweise und der sozialadaptiven Lebensweise das Einzige ist, was den Menschen einen Sinn gibt. Sehe ich völligst anders. Dementsprechend kann man auch dann die einfaltige Denke mit der einfaltigen Handlung sehen und kann man dann auch erklären, warum dann diese Art der zerstörten oder zerstörten Psychen, zerstörten Körper und dann die frühen Todesfälle eben kumulierend kommen, die dann zum Schluss immer wieder tituliert werden. Ja, Anabolika, ganz klar. Also die Anabolika waren es dann in der Regel nie, sondern die Anabolika waren im Endeffekt Part von einem Idioten, der beim Handeln war und das idiotische Handeln hat das Endergebnis verursacht und die Steroide waren ein Teil dessen, die eventuell das idiotische Handeln einfach noch in einem höheren Energielevel machbar machen. Also das ist ein Punkt des Verstärkenden, das was ich vorher schon gesagt habe eingangs. Bodybuilding kann also nur als zerstörerisch betrachtet werden, Markus. Nein, Bodybuilding kann auch anders betrachtet werden. Bodybuilding könnte jetzt auch das, was ich gesagt habe mit Biorhythmus und Kronorhythmus erst einmal adaptiv zu dem Umfeld geplant werden. Was kann ich denn wie an Belastung oben draufsetzen? Das ist das, was man eigentlich im Coaching machen sollte. Tja, und jetzt sollte ich vielleicht hier unten mal auch kurz einblenden, dass man mich als Coach auch buchen kann, sonst kommen wieder ein Haufen Fragen. Also hier unten seht ihr jetzt eingeblendet die Adresse von meiner Webseite, wo man mich als Coach auch findet und wo man auch lesen kann, was meine Dienstleistung oder welche Dienstleistung ich anbiete und was die Dienstleistung auch kostet. Man kann sich also erst einmal gründlich informieren. Das denke ich ist sehr wichtig. Gründlich Information einholen und dann aber auch schauen, wie die Denke dessen ist, weil das spiegelt auch später die Handlungen wieder. Also reden wir von einem Schützling oder reden wir von einem, den wir so lange pushen, bis er verglüht. Gut, in meinem Fall rede ich immer von Schützling, weil haben wir nur ein Leben und das, was ich schon teuer bezahlt habe, um Erkenntnisse zu bekommen, würde ich keinem anderen empfehlen oder raten, weil will ich keine Leute verbraten. Das ist jetzt etwas, was sich reimt, aber stimmt tatsächlich. Man muss also nicht Fehler wiederholen, nur weil man es rein theoretisch machen könnte, sondern man kann vielleicht auch andere Handlungen einleiten lassen. Und da reden wir also schon mal von Biorhythmus, Kronorhythmus. Wer macht was für Tätigkeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen? In welchem sozialen Gefüge befindet er sich? Und was kann er dann machen, ohne dass er diese Hauptlebensmittelpunkte zerstört oder erst einmal in Gefahr bringt oder schlussendlich dann sogar zerstört? Das sind wichtige Faktoren. Dann macht man einen Trainingsplan, der muss individuell passen. Der Trainingsplan beinhaltet also Stimulation und Regeneration. Beide Faktoren beinhaltet er. Also ein Trainingsplan beinhaltet nicht nur Stimulation, sondern auch die Regeneration. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da man hier ja als Menschen agieren, also sprich Part der Natur eigentlich, zumindestens momentan noch, ist ein Zahlenwerk etwas, was der Mensch als Hilfsmittel, als Krücke der eigenen Handlung im Endeffekt integriert, was aber in der Natur keinen Bestand hat. Das heißt, wer in festen Sätzen, wer in festen Wiederholungen rechnet, ist einfach Idiot. Wenn der Löwe eine Gazelle fangen will, rechnet er nicht in Schritten, er rechnet auch nicht in Sprüngen, er rechnet auch nicht in Zeit, sondern er rechnet bis habe ich bekommen oder habe ich nicht bekommen und dazu hat er ein Zeitfenster zur Verfügung. Also Belastung für eine bestimmte Zeitlänge, Time and Attention. Aber wenn er das nicht halten kann, dann erschöpft er halt, geht seine Energiespeier zugrunde und wenn er das so oft macht, dann stirbt er, wenn er nicht vorher wieder regeneriert hat. Stimulation, Regeneration, so regelt das im Endeffekt die Natur. Also er muss so und so oft, muss er etwas jagen, dann muss er auch so und so oft Erfolg kommen, er kann es nur so und so oft probieren, weil es in seine Energiespeier einknicken. So der Löwe weiß das. Intuitiv. Der Mensch macht es anders. Ja, ich mache jetzt 20 Übungen, davon mache ich jeweils 5 Sätze und das teile ich dann auf 3 Tage die Woche auf oder auf 4 Tage die Woche auf oder auf 5 Tage die Woche auf. Das ist natürlich Unfug. Das hat mit Leistung oder mit progressiven Arbeiten per se erst einmal gar nichts zu tun, sondern man müsste die physiologische Leistungsfähigkeit auch unter dem Biorhythmus betrachten. Also sagen, was kann man denn wann, zu welcher Uhrzeit am besten machen. Wir haben einen Biorhythmus, der am Tag bestimmten eigenen Rhythmen unterliegt, also Hormonen im Körper, der natürlich auch chronorhythmus-technisch beeinflusst wird. Also wenn du gerade in der Mittagspause halt nur trainieren kannst, weil du sonst brutalen Stress hast in der Arbeit, dann ist es halt gerade nicht das Zeitfenster, wo normalerweise der Körper auf natürliche Art und Weise sein Maximum an Energie abgibt. Wenn du dich jetzt da pusht, dann hat das halt negative Effekte auf deinen Körper. Das verändert deine Regenerative. Und vor allen Dingen auf langfristige Gesichtspunkte abgestimmt, ist es natürlich auch krankmachend. Also es ist krankmachend, weil es ist schädigend. Ja, also das ist ein wichtiger Faktor, das geht man im Coaching durch. Dann kommt man bei den meisten Punkten ja schon mal so weit, dass man sagt, okay, wenn man das jetzt so betrachtet, du wirst nie ein Profisportler werden, weil kannst du die Zeit gar nicht integrieren. Und wenn du die Zeit hier dir irgendwo abknüpfst, dann leidet dein soziales Leben, dann leidet dein Beruf. Und dann ist die Frage, mit was verdienst du deinen Lebensunterhalt? Oder musst du am Schluss Verchecker sein, damit du irgendwo was finanzieren kannst, damit du leben kannst? Also dementsprechend auch hier sind diese Punkte zu eruieren. Und entsprechend sollte man dann die Trainingspläne sinnvoll gestalten, dass zum Schluss ein Bodybuilding rauskommt, nicht ein Bodydestroying. Bodybuilding würde also beinhalten, hier einen ganzheitlichen Blick zu machen. Das sehe ich draußen bei den Trainingsplänen, die ich bekomme, gar nicht. Es gibt da auch in der Regel null Anamnese. Das, was da Anamnese ist, ist in meinen Augen einfach ein ziemlicher Unfug. Die zweite Geschichte ist, wer denkt, der ist ein super Sportler, soll das halt dann einfach mal ausprobieren. Wenn Bewegungsamplituden nicht passen, dann gibt es im Endeffekt danach Verkürzungen, gibt es Verklebungen, gibt es Einschränkungen, gibt es Disbalanzen etc. Diese Sachen kann man dann natürlich super toll am Markt kompensieren, indem man irgendein Massagerüttelgerät, schaut aus wie Bohrmaschine oder Schlaghammer, und dann eventuell eine Faszienrolle etc. versucht zu kompensieren. Das ist aber im Endeffekt das Symptom, Symptom-Gepfusche von einem Idioten, der im Endeffekt nicht verstanden hat, dass er vorher was falsch gemacht hat. Dann gibt es ein falsches Ergebnis und dann versucht man daran rumzureparieren. Das ist keine gute Art und Weise. Das ist das Gleiche, wenn ein Handwerker nur murkst. Wenn der Dübel halt nicht hebt, dann schmiert man halt außenrum ein bisschen ein Kleber hin. Und wenn das nicht hebt, dann haut man noch ein paar Nägel mit rein. Irgendwie wird man das Ding dann schon an der Wand festbringen. Das ist nicht der Sinn und Zweck von der Geschichte. Also deshalb muss man hier schon auch ein bisschen näher hinschauen. Und Gleiches betrifft natürlich dann auch die Ernährung. Und wenn man im Bodybuilding immer von Masse, Masse, Masse spricht, dann ist halt schon die Frage, wo soll denn die Masse herkommen? Und was für Masse reden wir denn da? Masse, Sauerstoff bedingt, also Muskelmasse, Sauerstoff, Fresser, Herzleistung, Lungenleistung, auch brauchen wir nicht trainieren, weil verlierst du da Energie vor dem Training etc. Da sind also viele Punkte, die gar nicht zusammenspielen. Dann haben wir Bluthochdruck-Geschichten bei Bodybuildern. Die kommen natürlich durch Wasserretentionen. Da können wir uns gleich mal überlegen, ob brutale Carbo-Loadings dann wirklich so gut sind. Ob nicht auch die Carbo-Loadings eventuell dann irgendwann zu einer Diabetes führen. Was natürlich auch nicht gerade leistungssteigernd ist, sondern genau das Gegenteil. Okay, kannst du jetzt draußen kommunizieren, du kriegst da Insulin vom Arzt auf Rezept. Super Argumentationskette. Das ist das, was man dann sagt, der Bodybuilder ist richtig intelligent. Aber das ist die Spezies, die draußen rum ist und deshalb hat das ganze Bodybuilding dann einen super Ruf. Also Leute, die Frage kommt da immer wieder zusammen, was hat Bodybuilding damit zu tun, ein Freak zu werden. Weit ab von dem, was der Körper normalerweise will. Das ist etwas, wo man einen Lernenprozess machen muss, wenn etwas der Körper selber nicht haben will und man extremst den Körper in diese Richtung schiebt. Sei es jetzt mit Medikamenten, sei es jetzt mit exzessivem Essen, exzessivem Training, also Belastungsprofilen. Dann kann man sich überlegen, dass etwas, was in der Extreme gemacht wird, nie gesund ist. Das sieht man überall, in jedem Bereich. Extrem schnell fahren, hohes Risiko. Extrem viel trinken, extrem Gesundheitsbelastung. Extrem aggressiv sein, extreme Belastung sozial. Also egal, was du machst, sobald es in der Extreme geht, ist es eigentlich in der Regel mit sehr negativen Auswirkungen gekoppelt. Für Umfeld, außenrum, wie aber auch für dich selber. Und entsprechend sollte man im Bodybuilding alles, was im Freak-Bereich ist, auch so betrachten, dass hier Gesundheit erstmal ausgeschlossen ist. Wie weit man das dann relativ gesund machen kann. Und was man unter relativ dann versteht, ja, stirbst du halt nicht gleich, sondern stirbst du halt zwei Jahre später. Oder stirbst du halt in fünf Jahren. Oder stirbst du halt mit 40. Oder stirbst du halt vielleicht mit, vielleicht mit, keine Ahnung, vielleicht kann man es aber später nochmal korrigieren oder kompensieren. Was man bei vielen Sportlern sieht, was dann nicht geht. Weil einfach bestimmte Substanzen im Körper, die dann geschädigt sind. Also sprich jetzt Kollagensubstanzen, Kollagensubstanzen im Bereich der Bandscheiben, der Gelenke, also Kapseln und so weiter. Wenn man das so alles schon geschrottet hat sozusagen, also shredded auf Englisch, dann ist es halt so weit geschädigt, dass sich das dann auch nicht mehr erholt. Und dann bist du halt einfach invalid und dann bist du ein Krippel und dann kann man einfach sagen, das war es halt. Und viele gehen dann in den Suizid, also gehen tatsächlich in den Selbstmord, in den gewählten Freitod, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Gab es ja vor kurzem wieder erst einen Sportler. Diese Punkte kann man dann alle nicht unter dem Wort Bodybuilding zusammenfassen, weil sonst kriegt dieses Wort Körperbilden einen ganz komischen Beigeschmack. Tja, das sind so meine Worte heute mit 48. Mach den Sport immer noch. Bei mir geht es ein verändertes Denken, deshalb sage ich das so offen, auch den Content, auch wenn ich weiß, dass das marktschädigend ist. Also es ist für mich schädigend, auch betriebswirtschaftlich, weil die Leute das nicht hören wollen. Die Leute wollen hören, Markus, du hast mir gesagt, das geht, ja, wie machen wir es denn? Und dann sagst du dir irgendeinen Plan und dann kriegst du Geld dafür und alle sind glücklich. Du bist glücklich, weil du hast die Kohle und der andere ist glücklich, weil denkt, dass alles gut geht, tut es natürlich nicht. Aber das ist meine Art Business eben zu machen mit der Realität und den Leuten in die Augen zu schauen, zu sagen, du, so ist es halt nicht. Was du dann schlussendlich entscheidest, ist deine Sache. Aber grundsätzlich wollen wir mal mit offenen Kartenspielern und ehrlichen Worten reden, weil reden wir von Mensch zu Mensch und will dir nicht anlügen. Und wenn dir das nicht gefällt, dass die Realität bei mir einfach so ausschaut und du dann zehn Jahre später sagst, das C-Fix, der hat doch recht gehabt, ja. Dann war ich wenigstens ehrlich, habe ich was für mein Karma getan und habe halt dein Geld nicht bekommen. Aber dann ist es halt so. Das ist meine Denke. Das ist natürlich nicht marktkonform, das ist natürlich für das Business gar nicht gut, das ist mir völlig bewusst. Aber das ist meine Art Coaching zu machen und deshalb ist es da schon sehr oft oder sehr häufig der Fall, dass ich sage, du, pass auf, das würde ich jetzt an deiner Stelle nicht tun. Nicht. Und ich würde das und das anders machen. Heute, wenn ich 48 bin, sehe ich das. Überleg dir, ob du 130 Kilo haben willst. Weil je mehr ein Körpergewicht, desto mehr ein Problem im Alter. Das heißt jetzt Herzmuskel, also Herzmuskelaktivität in der Belastung jetzt und mit der Kapazität später noch belastet zu werden. Sei es das Thema mit Magen-Darm-Geschichte, sei es Leber-Geschichte, sei es Pankreas-Geschichte. So Thema, ich brauche 6.000, 8.000 Kilokalorien, was Schilddrüse und Leber belastet und auch den Darm belastet. Und dann im Endeffekt verpufft ist, nur weil du viel zu hoch mit den Steroiden drin bist, wie ein Durchlauferhitzer. Also findet man hier auf meinem Channel ja auch einige Videos dazu, zu dem Thema Anabolika zum Beispiel, das Durchlauferhitzer. Also wo man im Endeffekt viel zu viele Substrate verbrennt, statt dass man sie für den Aufbau nutzt, weil der Stoffwechsel einfach viel zu hoch läuft. Was natürlich auch andere Nebeneffekte hat, die noch unschön sind. Steigernde oxidative oder neurooxidative Störungsprozesse, also sprich von Neuronen, also oxidativ geschädigt werden, Demenzgeschichte und so weiter. Also da haben wir ja viele Faktoren, die zusammenspielen, Insulinresistenzen. Also viele der Faktoren, die hier einfach durch eigenes schuldhaftes Verhalten sind, wenn du halt einfach mal 1.000 Gramm Kohlenhydrate am Tag reinschaufelst, dann muss dein Muskel permanent prall sein und musst du damit am prallen Muskel in ein starkes Pumptraining mit schwerem Gewicht gehen, weil du nimmst dir viele Steroide, die dir Kraft geben und hast eine brutale, hohe IGF-1-Ausschüttung, hast du da noch einen brutalen Pump, hast einen hohen Gewebsdruck und hast natürlich einen hohen Druck aufs Herz und macht das Herz nicht besser. Ja, Blutdruck schießt um die Ohren, Nieren macht es auch nicht besser und im Endeffekt machst du alles kaputt, weil bist du permanent prall und hast eine Insulinresistenz und kriegst eine Diabetes. Also hier haben wir den Faktor, warum immer prall sein, warum immer 130 Kilo, 140 Kilo und noch mehr ist noch besser und da warst du dann eine ganz kurze Lebenserwartung. Und dann sagt man ja, die Anabolensteroide ruinieren die Leber oder die Anabolensteroide ruinieren die Niere. Das hörst du dann von irgendwelchen Super-Docs. Das hat mit den Geschichten eigentlich nur im Verbund dessen zu tun. Also nicht, dass eine Anabolika macht einfach das, sondern das, was du durch das Anabolika machen kannst, weil du es kannst, tust du es halt dann, gibt in Kumulierung dann diese Schäden raus. Und das ist eigentlich der tragende Punkt, was wir heute reden. Diese Art von Bodybuilding hat mit Bilden eigentlich nur sekundär was zu tun. Auf der einen Seite zeigst du nach außen etwas wie beim GTI, also wie beim Golf-Dom. Das ist ein Riesenspoiler, ein Riesending und dann hast du im Endeffekt nichts weiter als einen Schrott unten drunter, weil innen drin hast du ja alles geschrottet. Das hat auch keine hohe Langlebigkeit, das hat auch keine hohe Standfestigkeit. Wenn du so einen Golf-GTI auf Nürburgrung gesetzt hast, dann hat dir jedes drittklassige Rennauto wirklich konstruiertes Rennauto platt gemacht, weil nach den ersten paar Runden ist die ganze Karosserie nichts mehr wert, weil die Versteifung entstimmt, das Ding ist ausgeleiert und alles andere ist dann gleich Schrott. Also Bremsscheiben oder wie auch immer. Also die Kisten hebt halt einfach so eine hohe Belastung nur kurzfristig aus. Spitzenbelastung, wenn die Spitzenbelastung im permanenten Zustand übergehen, dann ist es halt einfach vorbei. Also meine Lieben, ich will euch da jetzt das Bodybuilding gar nicht ausreden. Ich mache den Sport selber sehr, sehr gerne. Aber es zeigt sich, dass man Veränderungsprozesse permanent im Auge behalten muss, also die Veränderung des Alters zum Beispiel, ist ein permanenter Prozess. Den muss man im Auge behalten. Man muss das Training daraufhin umstellen. Man muss ein Variabilitätstraining fürs Herz machen. Man braucht ein Grundlagenausdauertraining, was per se nicht schlecht ist, was für das Alter aber auch ein schützender Faktor ist. Man muss die Spitzenbelastung reduzieren. Man muss vielleicht auch den Gedanken neu fokussieren. Also nicht bloß Gewicht, 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 sondern genau das Gegenteil vielleicht, sondern einfach einen hübschen, schönen Körperfett runter, Fette raus, weil kumulierend im Fett sich auch die Giftstoffe speichern, also dass man auch die Giftstoffe immer möglichst schnell wieder raus hat. Man braucht eventuell dann auch weniger Nahrungsmittel, wo man kumulierend weniger Giftstoffe aufnimmt, wo man auch zum Beispiel die Organe weniger belastet, intermittierendes Fasten vielleicht integrieren. Das, was wir im Coaching alles ganz individuell durchgehen und dann eben Belastung und Entlastung individuell richtig dafür setzen, dass wir das Ziel dann erreichen, wofür der eigene Körper situativ konzipiert ist. Also sprich vom Alter natürlich abhängig. Mit 50 bist du anders belastbar in der Regel als mit 60. Dann die Schädigungen bereits beachten, dann vielleicht das Rekonvaleszenztraining öfters einbauen, die Kuren vielleicht verkürzen, vielleicht zwei Drittel im Jahr auf ein TRT und dann Rest nur pushen. Das Puschen vielleicht auch ganz gezielt in den richtigen Trainingsbelastungsbereichen und dann reden wir von Bodybuilding vielleicht noch, in Anführungszeichen, weil dann kannst du das sehr lange sehr gesund machen, aber du beinhaltest trotzdem, sobald du im Leistungsbereich bist, immer ein erhöhtes Risikopotenzial. Es ist kein Gesundheitssport. Es ist nichts, was du dann machst, um gesünder zu werden. Setzt man das in den Mittelpunkt, dann schließt es per se Freaky sein komplett aus. Komplett. Dann reden wir von einem ganz anderen Training, dann reden wir von einer ganz anderen Supplementierung, dann reden wir auch von einer ganz anderen Superergänzung. und sagen, das ist Fakt und darüber gar nichts vorbei. Und ich weiß, das wird draußen anders promotet, aber deshalb meine Worte hier an der Stelle. Ich habe das schon sehr, sehr lange jetzt selber miterlebt, das ganze Business. Wie gesagt, ich bin jetzt fast 50. Und Lug und Trug bezahlst du zum Schluss als Kunde selber. Und zwar extrem. Nämlich im schlimmsten Fall mit deinem eigenen Leben, aber zumindest mit deinem Wohlbefinden. Gesundheitlich. Also in dem Sinne, One Way, No Limit. Ich blende jetzt nochmal meine Webseite kurz ein, für die Leute, die sie noch nicht kennen. Augenblick. So, hier unten ist nochmal die Webseite eingeblendet. Wer sich ein bisschen näher informieren möchte, einfach drauf schauen. Kann mich auch über das Kontaktformular anschreiben. Er findet mich auch bei Telegram, bei Instagram etc. Da kann man auch so ein bisschen schauen, was ich so mache. und ja, meine Lieben, wir hören und sehen uns wieder. Ich werde öfters mal jetzt ein Video in dieser Art und Weise bringen, weil will ich einen kleinen Gegenpol, oder nicht nur will, sondern bin ich ein Gegenpol zu dem normalen Mainstream. Das bin ich in meiner ganzen Denke, das bin ich als Mensch. Ich bin ein Gegenpol zum Mainstream und genau das tue ich hier kund. Wem es gefällt, der weiß, wo er ist. Oder woran er ist. Wem es nicht gefällt, gibt genügend andere Leute. Dann bitte einfach nicht böse sein, sondern sagen, okay, deine Denke, ich habe eine andere, ich gehe woanders hin. Ist auch richtig so. Ich will da keinen von seinem Weg abhalten. Mancher will sich zerstören, mancher muss sich zerstören, mancher wird seine Denke nie ändern. Dann ist es halt so. Das muss man einfach so hinnehmen. Deshalb sind wir tolerant. Das ist bei mir ganz genauso. Ich lasse jedem seinen Wahnsinn. Ich habe meinen eigenen Wahnsinn auch. Aber ich rede mir selber genauso, wie ich es mit euch hier auch tue. Es ist mir wichtig, real zu sein, ehrlich zu sein. Und da gehört es sehr oft dazu, dass man in den Spiegel reinschaut und sagt, Junge, warst du ein Depp. Was hast du denn da wieder gemacht? Das weißt du doch, dass das anders geht. Jetzt hör auf mit dem Schmarrn. Genau so ist es sehr oft. Genau so trifft es aufs Essen zu. So trifft es aufs Training zu. So trifft es auf so viele Sachen im Leben zu. Und das macht uns glaube ich auch zu einem guten Menschen, wenn wir anfangen bei unseren eigenen Fehlern zu suchen, diese dann zu verändern und vor allen Dingen daraus zu lernen und gleich im Misch den anderen Leuten zu empfehlen. Und damit empfehle ich mich jetzt. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Markus. Euer Markus.